so hier hat sich in der nacht was getan die familie von der wir wissen dass die beiden hier schwestern sind mrs robinson die xamara geschwister schwestern und mrs robinson die mutter von der großen hündin die heute macht super überraschenderweise man kann es jetzt nicht sehen einen welten zur welt gebracht hat es war echt nicht abzusehen und wir sind mit den kastrationen hier einfach auch nicht nachgekommen und bei ihr hätten das einfach nicht erwartet aber einen jungen hat sie geboren der basilt schaut ganz verwirrt und die beiden haben gerade ihre dochter und nicht freudig begrüßt irgendwie echt gefreut das war irgendwie süß ja dumm ist dass die mozko eigentlich zurückgehen sollte weil hier ein mann aufgetaucht ist der gesagt hat er kümmert sich schon seit welpen an um diesen hund wollte sie eigentlich auch schon lange auf seinen namen schicken lassen und dann möchte sie bitte super gerne zurückhaben und da das leben da ja echt nicht das schlechteste ist fanden wir das eine gute idee wie sollte diese woche kastriert werden und dann zurück ja das wird sich jetzt noch etwas verzögern durch die woche kastriert werden kann man kann es einfach nicht sehen aber man hört es ein bisschen kleiner toy 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 mozko heißt sie so hat der man sie halt genannt okay ja Vielen Dank.